Und eine Sache, die ich, glaube ich, da jetzt echt noch gerne ergänzen möchte. Also mich nervt es manchmal, dass ich immer die gleichen Sachen sage. Ich weiß manchmal schon in irgendeiner Vorlesung, gleich erzähle ich wieder den Witz. Und dann erzähle ich auch den Witz nochmal. Dann habe ich schon 13 Mal erzählt. Und irgendwann denke ich so, boah, das ist ein bisschen wie eine Kassette. Aber da hilft auch, dass man dann irgendwann angefangen hat, oder wir beide YouTube-Videos zu machen. Da habe ich auch vieles ausgelagert und sage dann manchmal meinen Studierenden, wir machen jetzt mal Praxis in der Vorlesung und nicht die klassische, ich erzähle 90 Minuten, sondern guckt euch in der Vorbereitung meine Videos an und wir reden dann über eure Probleme und machen ein paar Experimente. Das bringt dann echt nochmal frischen Wind rein. Das finde ich schön. D'accord.